Cinco Sirenitas te llevarán Wer ich bin? Eine gewöhnliche Frau. Ich schreibe Verse. Ich gebe Unterricht. Ich gehe täglich durch dieselben Straßen. Ich wiederhole dieselben Gesten. Ich sage immer dieselben Worte. Alfonsina ist eine schriftliche Frau. Eine Frau, die nicht in den Normen, die Frauen und ihre Zeit hatten. Eine Feministische Feministin, ich denke. Wir holen ein Buch, wo es ein Buch, wo es der Liebe gibt, und alles. Es ist wirklich sehr modern, wie die Jahre lang ist und es sehr temporär. Es ist sehr temporär, seine Vision an der Liebe. Der Lema des «Sin Dios, ni Patrón, ni Marido» ist, zumindest in der Predicat des Feminismus, ist, zumindest in der Predicat des Feminismus. Sie nennen mich Alfonsina, ein arabischer Name. Er bedeutet «bereit zu allem». «Entonces, buen hombre, preténdeme Nibia, preténdeme Casta, preténdeme Alba». Oh!